Man kann sogar sagen, traue ich mich, das zu sehen? Es gibt ja viele Alternativen, die wir uns nicht trauen zu sehen und deshalb so tun, als ob es es nicht gäbe. Ja, Orientierung hat wirklich auch was mit einer Mutfrage zu tun. Der einzige vernünftige Mensch, den ich kenne, ist mein Schneider. Jedes Mal, wenn er mich sieht, nimmt er neu Maß. Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutwillnett Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist. Lieber Harald, schön, dass du gekommen bist. Wir haben heute Harald Schwetzer hier zu Gast und wir freuen uns sehr, dass er zu uns gekommen ist. Und er ist Hochschullehrer, er ist Professor, er ist in verschiedenen Fächern, unterrichtet er in verschiedenen Universitäten. Er kann vielleicht dazu nachher noch etwas sagen. Wir sind uns begegnet einfach über einen Text, den ich gelesen habe von ihm und gesagt habe, darüber möchte ich gern mit ihm sprechen. Und da habe ich gesagt, ob er mich nicht mal besuchen könnte, ich würde gern mit ihm über diese Sache diskutieren. Und so haben wir uns kennengelernt und von da aus sind ja zwei schöne Bücher entstanden, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können junge Menschen vor allen Dingen, an die haben wir gedacht, einen Weg zur Selbsterkenntnis finden über das Denken und wie können wir verstehen, wie sich die Beziehungssituation, also diese Gemeinschaftsfrage aus der Individualität heraus, wie sich das entwickelt und wie das in einem Zusammenhang steht und wie das über Jahre sich anders gestaltet hat. Schön, dass du hier bist. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Ich weiß gar nicht, ob es ein so anderes Thema ist, denn diese Frage nach Selbsterkenntnis, aber auch nach Beziehungsgestaltung in dem Sinne, ist ja dem Thema Orientieren durchaus verwandt, oder? Also wir haben doch mit so einem Thema etwas am Wickeln, wenn ich so sagen darf, wo es ja auch ein gutes Stück weit darauf ankommt, einen Akt der Selbsterkenntnis auszuüben, um dann in eine Orientierung in die Welt hinein ja auch zu einer gewissen Beziehungsfähigkeit adäquater Natur zur Welt zu kommen. Und das war ein Grund auch mindestens für den Vorschlag, dieses Thema mal zu besprechen. Ich kann vielleicht noch einen Satz dazu sagen, dass wir am Philosophischen Seminar in Freiberg bei Stuttgart ja in der Weiterbildung auch tätig sind und unter diesem Wort lebendige Philosophie eben auch etwas versuchen, was mit diesem Wort orientieren zu tun hat, in einem Dreischritt wahrnehmen, orientieren, entscheiden, etwas anzulegen, von dem wir glauben, dass es wie auch Zukunftsfähigkeiten sind, die es braucht, um diese Gegenwart auf Zukunft hin zu gestalten. So, und in dem Sinne wäre also unser heutiges Thema, unser gemeinsames Thema Orientieren. Orientieren und dann die Orientierung irgendwie bewerten und urteilen. in der Steigerung dann vom Orientieren. Und das ist ja so die Herausforderung, die wir heute haben, dass wir das gut phasenweise ineinander da kriegen, dass wir in gewisser Weise vorurteilslos etwas betrachten und einfach aufnehmen. Schauen hieß das früher oft. Das ist ja eine andere Qualität als sehen. Und dann den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch zu merken, dass man jetzt einen Schritt geht, wo man dann auch nicht mehr vorurteilsfrei ist, weil man geurteilt hat. Weil man dann geurteilt hat an der Stelle. Ja. Und ein vorurteilsfreies Urteilen ist ja gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Der einfache Fall der Orientierung findet ja im Regelfall morgens statt, wenn wir aufwachen. Ja. Man wacht auf und man weiß relativ rasch, im Normalfall, wo man denn ist und wie es irgendwie wieder weitergeht. Das heißt, im Moment der Orientierung stelle ich fest, wo bin ich hier eigentlich in Raum und Zeit, in welchem Zimmer. Es ist morgens. Normalerweise weiß ich dann auch, wer ich bin und was jetzt an diesem Tag irgendwie kommt. Dazu brauche ich ja aber eigentlich schon eine ganze Menge. Also ich brauche ja eine ganze Menge Erinnerungen zum Beispiel von mir. Ich brauche auch eine Erinnerung an dieses Zimmer, in dem ich irgendwie morgens aufwache und dergleichen. Und trotzdem liegt da ja etwas drin, dass ich vorurteilsfrei, wie du sagst, da hingucken muss. Ich darf mich ja jetzt auch nicht vertun. Ja, also manchmal passiert das ja. Man wacht irgendwie morgens in einem Hotelbett auf und ist sich noch nicht so ganz klar und hat dann den Eindruck, man wäre irgendwie noch zu Hause oder dergleichen. Dann hat man genau so eine Vermischung an der Stelle. Und diese säuberliche, schwierige Scheidung zwischen dem, was brauche ich eigentlich an Erinnerung, an Vorurteilen, die ich schon habe und an Hinschauen, das ist immer so ein Kunststück. Morgens geht es ganz einfach, aber wenn man in die Welt schaut, ist es schwieriger, oder? Ja. Und wenn es einem nicht richtig gelingt morgens, dann steht man auf einmal am Flur und die falsche Tür erwischt hat. Auch. Weil normalerweise geht es rechts rum zur Toilette und wenn es dann dunkel ist, man hat noch, ich bin mit meiner Frau unterwegs, mache ich das Licht nicht an, stehe auf und dann kann es schon mal passieren, dass ich in die falsche Richtung laufe. Und dann laufe ich dann an die Wand und es geht tatsächlich eine Tür auf. Das ist dann unangenehm. Und das ist, glaube ich, auch jetzt für uns, also in der Gegenwart, wenn man das jetzt überträgt, ist dieses, ich stehe vor einer falschen Tür oder ich muss mich fragen mindestens, ob ich vor der richtigen Tür stehe. Das ist doch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Also du hast es vorhin schon erst mal angedeutet und hast gemeint, na ja, es kommt ja dann auch zu einem Bewerten an der Stelle. Also jetzt muss ich ja das doch ein bisschen dann ordnen sozusagen und dann auch wissen, es ist ja nicht so einfach wie mit der Tür. Also wenn ich dann morgens im Flur stehe, dann ist da entweder diese Tür und es ist die richtige oder es ist die falsche. Punkt, Schluss. Aber wenn wir jetzt von Orientierung sprechen, in einem nicht räumlich-zeitlichen Sinne, sondern in einem Sinne von, wie kann ich eigentlich in der Gegenwart stehen, dann muss ja doch noch ein Bewertungsprozess dazukommen. Und wie würdest du so einen Bewertungsprozess beschreiben? Wie macht man das? Wie macht man das? Also das Wort Urteil verwenden wir komischerweise mehr im Sinne von verurteilen als im Sinne von urteilen. Aber das ist ja eine einseitige Betrachtung von Urteilen, das Verurteilen. Beim Urteilen geht es gerade darum, nicht zu verurteilen, sondern das, was ich habe, zuzuordnen zu einem, was da drüber liegt. Und sage, also jetzt grob gesprochen, ist das gut oder ist das böse? Ist das richtig oder ist das falsch? Ist das wahrscheinlich oder ist es unwahrscheinlich? Und so gibt es eine ganze Reihe Fragen, mit denen ich versuche, eine Beziehung dazu zu finden, aus entweder dem Moralischen oder aus meinen Bedürfnissen. Das sind, glaube ich, so zwei wichtige Kriterien, die dann davorstehen. Und dann bewerte ich das und dann habe ich ein Urteil. Und wenn verschiedene Leute drauf schauen, so werden wir verschiedene Urteile haben. Das kann man auch dann stehen lassen. Da muss man auch sagen, ja, jetzt habe ich erst einmal eine Sache, die nicht mehr nur nackt ist, sondern ich habe sie jetzt sozusagen angezogen mit etwas und verbunden mit etwas. Mit einer Beziehung zu den anderen Menschen, einer Beziehung zu mir, einer Beziehung zur Gewohnheit in der Welt. Ja, und da sitzt wahrscheinlich für die Frage von Orientieren und auch von Urteilen noch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich die jetzt angezogen habe und du sagst, ja, wir können dann auch Urteile nebeneinander stehen lassen, dann kommt dann doch immer noch die Frage nach den berechtigten Urteilen. Ja. Also wenn mir dann jemand sagt, da ist keine Tür oder die Tür ist grün oder so etwas und ich sehe, da ist eine Tür und die ist rot, dann denke ich, nee, also das Urteil, das lasse ich jetzt dann doch nicht stehen an der Stelle, sondern dann sage ich, du hast du vielleicht eine rot-grün-Schwäche oder ist sonst ein Problem. Aber eigentlich ist das doch eine klare Sache, was jetzt mit dieser Tür ist. Ich kann Urteile stehen lassen, wenn ich den Eindruck habe, dass sie adäquat aus der Situation entspringen. Also wirklich im Sinne dessen, ist da gut wahrgenommen und ist dann dieser Urteilsvollzug in deinem Sinne, also nicht verurteilen, sondern die Dinge beurteilen im Sinne eines Zusammenhangs und stimmigen Zusammengehörens, ist das richtig vollzogen. Und ergibt sich daraus dann für denjenigen, der das tut, so wie du sagst, aus den moralischen Fragen und Kriterien, ergibt sich dann daraus eine Wertigkeit. Aber den Prozess, glaube ich, den muss man schon auch noch mit in Rechnung stellen. Ja, den wird man auch gehen, wenn man nicht verurteilt. Ah, ja. Dann wird man den Prozess gehen. Man wird sich fragen, wenn die Tür da ist oder nicht ist, lass uns das prüfen. Wir haben jetzt geurteilt oder beurteilt und jetzt haben wir verschiedene Urteile. Jetzt schauen wir, was ist zutreffend. Und dann geht man zur Tür und versucht sie aufzumachen und dann sagt der Goethe, wahr ist nur, was fruchtbar ist. Also geht sie auf, dann war es die Tür. Wenn nicht, war es keine Tür. Ja, vielleicht nur eine Tapeten- oder Scheintür oder dergleichen. Genau, genau. Und das ist aber doch jetzt, ich finde das einen wichtigen Gesichtspunkt einfach, zu sagen, was kann ich da nebeneinander stellen? Und dieses, also ich fand, das hatte jetzt nochmal zwei Seiten, was du gesagt hast. Das eine ist, es gibt eine Wahrheitsseite in diesem Urteil. Ja. Also ist das wirklich eine Tür? und die aus meiner Sicht für die moderne interessante Seite ist, dass ich an diese Wahrheit komme, so wie du es jetzt beschrieben hast. Also nicht einfach, indem ich jetzt meine Stirn in Falten lege und anfange zu grübeln, sondern ich gehe jetzt dahin und gucke, geht das Ding da auf oder geht es nicht auf? Ja. Das heißt, ich werde aus mir initiativ tätig mit einem Willensimpuls und prüfe das an der Welt, ab. Und es ist eine Frage meiner, meiner ichlichen, wenn ich so sagen darf, meiner individuellen Willenstätigkeit, diese Wahrheit in der Welt festzustellen. Gleichwohl ist das dann ja eben nicht subjektiv, oder? Also wenn ich da hingehe und die Tür geht auf, dann wird es bei dir wahrscheinlich auch so sein. Ja. Jetzt gibt es natürlich Türen, zu denen wir nicht hingehen können. Und das finde ich interessant und das nutzen wir vielleicht viel zu wenig, es gibt jetzt mit Blick auf die Zukunft verschiedene Ausgänge. Und ich kann mir jetzt sagen, welcher Ausgang ist wahrscheinlich. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht das Ganze so definitiv betrachten, sondern ich muss es betrachten, dass es verschiedene Alternativen gibt. Wenn ich es nachher verwenden will, dieses Urteil, muss ich sagen, ja, ja, das kann sein, das kann auch sein. Und, und, nun gut, das kann auch sein. Das eine ist vielleicht wahrscheinlicher als das andere. Also wenn ich dann damit umgehe, mit dem Urteil, dann kommt eigentlich eine Komponente hinzu, dass ich sagen muss, ja, ich entscheide mich jetzt dafür, was wahrscheinlicher ist. Aber ich kann vielleicht dann auch sagen, ja, ich wähle jetzt eine Lösung, oder ich entscheide mich jetzt dann für etwas, das ist ja ein anderer Schritt dann, wo ich sage, das ist wahrscheinlich so, aber wenn das passiert, ist es dann auch nicht so schlimm. Also ich gucke dann, wie komme ich mit den Szenarien, die ich vor mir habe, wie komme ich mit diesen Szenarien zurecht? Ja, das ist, also das ist nochmal, finde ich, eine wunderbare Bemerkung, weil sie eins deutlich macht, wenn ich eine, in der Gegenwart ein Urteil fälle, also über diese Situation, ja, dann haben wir normalerweise eine gewisse Neigung zu sagen, so ist das jetzt. Und da schwingt etwas eigentlich mit unten drunter, was du vorhin auch Verurteilen genannt hast. Das heißt, ich gucke eigentlich nur auf diesen Gegenwartsmoment, wie mit der Tür und sage, da ist jetzt die Tür. Ich denke aber nicht mit, was du jetzt mitgedacht hast, dass die Situation ja eigentlich immer etwas ist, was im Werden ist und in Bewegung. Das heißt, diese Situation, die geht irgendwo hin, die wird sich entwickeln. und wenn ich Teil der Situation bin, wird sie sich auch nicht ohne mich entwickeln oder sie wird sich ohne mich entwickeln und ich hänge im Schlepptau. Das kann ja irgendwie auch alles noch passieren. Aber es gehört dann, genau wie du sagst, die Frage nach den Alternativen in den Raum und meine Fantasie. Also was kann ich denn jetzt an Möglichkeiten auch sehen in dieser Situation? Das heißt, zu der Urteilsfrage gehört dann als Orientierung auf Zukunft hin eben tatsächlich auch noch, was kann ich jetzt entwerfen im Sinne dieser götischen Fruchtbarkeit? Gibt es etwas, wo ich das hindenken kann und dann nicht nur denken, sondern auch gestaltend handeln, entwickeln kann? Man kann sogar sagen, traue ich mich, das zu sehen? Es gibt ja viele Alternativen, die wir uns nicht trauen zu sehen und deshalb so tun, als ob es ich es nicht gäbe. Ja, es ist wirklich, Orientierung hat wirklich auch was mit einer Mutfrage zu tun, oder? Ich muss erst mal dieses voraussetzungslose Urteil und dann beschränke ich das nicht auf diesen Zeitmoment, sondern dann muss ich den Mut haben, das zu öffnen, auszuhalten, was da möglicherweise kommt aus dieser Situation, aber auch den Mut haben, mich mit diesem Weitungs, Wagnis, fast schon unternehmerischen Wagnis, da irgendwie reinzustellen und daraus was zu machen. Nichts zu sagen, und so schließt der Messerschaft, das nicht ist, was nicht sein darf. Die kurze Formel, die Ringelnatz verwendet hat. Genau. Ja, aber man merkt vielleicht die Stärke von so einem Orientierungsbegriff, also der gar nicht irgendwie so, erst wirkt das vielleicht ein bisschen schlicht, ja, ich orientiere mich irgendwie in der Welt, naja, das mache ich halt. Aber jetzt merkt man mit der Perspektive, die du da noch reingebracht hast, zum Schluss auf die Zukunft hin, dass das eigentlich was ist, dieser seltsame Akt zwischen in Vorurteilen leben und vorentscheiden ist es ja auch noch, dass dieser seltsame Akt, der uns eigentlich wirklich den Gestaltungsraum, unserer eigenen WD in der Welt, erstmal erschließt. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung zurück auf das Schauen und mache das mit einer kleinen Geschichte. Ich habe einen Arzt gehabt, oft besucht und wenn der sozusagen mich angesehen hat und gesucht hat, was ich habe, dann hat er das immer damit verbunden, dass er kleine dumme Sprüche gemacht hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht er das? Ich kannte sie auch alle schon. Aber es war, dass er nicht urteilt. Das heißt, er hat gesagt, ich muss so lange mein Urteil zurückhalten und das ist nicht so leicht im Leben. Und er hat einen einfachen Trick verwendet, er hat einfach darum gequasselt. Und das hat sein Urteilen irgendwie unterbunden, sodass er dann, nachdem er fertig war mit allem anschauen, dann erst angefangen hat zu urteilen und dann aber auch gesehen hat, dass das, was er jetzt als Urteil daraus zieht, aus dem, was er geschaut hat, ob das seiner Wissenschaft sozusagen entspricht. Ja, genau, genau. Mir fällt dazu ein Spruch ein, der George Bernard Shaw zugeschrieben wird, dem Dramatiker. der hat einmal gesagt, der einzige vernünftige Mensch, den ich kenne, ist mein Schneider. Jedes Mal, wenn er mich sieht, nimmt er neu Maß. Und das ist jetzt ähnlich, ist sozusagen von der anderen Seite her gesprochen. Ja, also man muss da jedes Mal frisch drauf gucken und in dem Sinne muss genau dieses Gerümpel, was schon da ist, muss da weg. Und dieses Schauen, dieses Wahrnehmen, dieses Hingucken, das muss man, glaube ich, wirklich als erste Stufe vor dem Orientieren richtig üben und erlernen. Und diese Strategien, das ich quassle mal so ein bisschen oder ich konzentriere mich darauf, wirklich neu Maß zu nehmen, die sind ganz wichtig, damit man überhaupt in einen Orientierungsprozess hineinkommt. Also ich gehe mal wirklich in die Ruhe. Ja. Und jetzt keine weitere Information. Genau, was ja heutzutage schon sehr schwierig ist. Sehr schwer. Ja, aber es braucht dieses, diesen einen Moment des Innerhaltens, Durchatmens, auch unterbrechens erstmal, der Ströme, die da da sind. Ja. Ja, da sind wir jetzt ein ganzes Stück gegangen. Der nächste Schritt, der ist einem weiteren Gespräch von uns vorbehalten. Ja, da werden wir dann über Entscheiden mal sprechen, wie das weitergeht. Was mache ich mit diesen Alternativen, die ich habe und mit den Bewertungen, die ich jetzt habe, dann ist die Frage eine ganz andere. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und wenn ihr irgendwelche Reaktionen spürt bei euch, die sozusagen dann nach der Bewertung auftauchen, dann meldet euch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017